Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Storys sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Oh Mann, der Zug ist ja viel zu teuer, denke ich mir, als ich auf die Deutsche Bahn App schaue, um mir ein Ticket nach Innsbruck zu holen. Schau doch einfach mal bei Mitfahrgelegenheiten nach. Ach, sagt Chrissy etwas geistesabwesend, während sie sich durch Instagram scrollt. Mitfahrgelegenheiten? Na, ich weiß nicht. Gebe ich zurück. Ja, aber da findest du richtig günstige Preise. Ja, aber ist doch irgendwie komisch, bei irgendeinem Fremden im Auto zu sitzen, sage ich und rümpfe die Nase. Ach, stell dich nicht so an, sagt sie und zeigt mir eine Verbindung. Schau mal, ist doch perfekt. 13 Euro und der Typ wird dich direkt im Zentrum rauslassen. Und hier musst du nur zum Hauptbahnhof kommen. Ist doch ideal. Ich nehme ihr das Handy aus der Hand und schaue mir das Profil an. Basti, 33 Jahre alt, hat auch ein paar gute Bewertungen. Und ja, Chrissy hat recht. Die Verbindungen sind echt richtig gut. Komm, gib dir einen Ruck. Ich hab das schon mehrere Male gemacht. Ist doch nichts dabei. Und wenn der Typ dann doch irgendwie komisch sein sollte, steck dir einfach die Kopfhörer rein und hör Musik oder Schlaf oder so. Das hab ich auch schon mal so gemacht, sagt sie. Und statt auf meine Antwort zu warten, bucht sie einfach die Fahrt für mich. Chrissy, schnauze ich sie ungläubig an. Was? Du wirst eh nichts Besseres finden. Wirst mir noch dankbar sein. Sagt sie lachend sich. Nein, sie hat ja recht. Trotzdem ist mir etwas mulmig zumute. Zwei Tage später stehe ich mit meiner kleinen Reisetasche am Bahnhof und halte Ausschau nach einem dunkelgrauen Prius mit einem Leipziger Kennzeichen. Zehn Minuten später bekomme ich von Basti ein Standort geschickt, wo er geparkt hat. Hi, wie geht's? Entgegnet er mir lächelnd, als ich sein Auto gefunden habe. Hi, danke. Ganz gut. Und dir? Antwort ich nervös und reiche ihm meine Tasche. Auch gut, aber ich muss mir erstmal noch einen Kaffee holen. Die Autofahrt war ja schon recht lang, sagt er und streckt sich dabei demonstrativ. Willst du auch was? Fragt er, aber ich schüttel nur den Kopf und so bleibe ich alleine im Auto zurück. Es ist echt recht sauber und riecht auch ziemlich gut. Langsam fange ich an, mich ein bisschen zu entspannen, doch als die Tür wieder aufgeht, flattern meine Nerven wieder. Während wir aus der Stadt rausfahren, fragt Basti mich über alles Mögliche aus, scherzt mit mir und erzählt auch ein paar echt witzige Geschichten. Wow, denke ich mir. Für die erste Fahrt habe ich einen echt guten Fahrer erwischt. Stört's dich, wenn wir noch einen Kumpel von mir abholen? Fragt er mich dann. Der hat mir vorhin spontan geschrieben, dass er auch nach Innsbruck möchte und ob ich ihn mitnehmen kann. Wir würden uns wahrscheinlich dann um so eine halbe Stunde verspäten. Nee, ist nicht schlimm, passt mir total, sag ich lächelt. Wir halten in irgendeinem Kaff an und dann kommt auch ein großgewachsener Typ auf uns zu. Na, Basti, altes Haus, lang nicht mehr gesehen, sagt er grinsend und klopft ihm freundlich auf die Schulter. Und du bist? wendet er sich mir zu. Äh, Lena, antworte ich und gebe ihm die Hand. Ich bin Joseph, aber kannst mich auch einfach nur Joe nennen. Weiß auch nicht, was sich meine Eltern bei dem Namen gedacht haben, sagt er schulterzuckend und ich lache auf. Die Fahrt verläuft richtig entspannt und lustig, sodass ich wünschte, dass sie noch etwas länger gehen würde. Ich bemerke gar nicht, wie es langsam dunkel wird und wir auch irgendwie nicht mehr auf einer Autobahn, sondern auf einer Landstraße fahren. Ich muss mal pullern, sagt Basti und hält mitten im Nirgendwo an. Verwirrt schaue ich mich um. Wo, wo sind wir eigentlich? Ist ne Abkürzung. Bin schon öfters hier lang gefahren und geht schneller als die Autobahn. Da gibt's um die Uhrzeit immer Stau. Gibt er zurück und verschwindet schnell im Wald. Langsam wird mir etwas mulmig zumute. Joe sucht nach irgendetwas im Kofferraum und ich hole mein Handy raus. Ach so, ne Kacke, kein Netz. Versuchst du jemanden zu erreichen? Er tönt plötzlich hinter mir eine kuselige Stimme und ich drehe mich um. Vor mir steht Joe und hat ein Seil in der Hand. Ja, meine Freundin, was soll das mit dem Seil? Frage ich und kalter Schweiß läuft mit den Rücken runter. Das ist ein Geschenk für dich, antwortet er und neigt den Kopf zur Seite. Ich schlucke. Was meinst du damit? Frage ich mit zittriger Stimme und mache einen Schritt zurück. Doch schon im nächsten Moment spüre ich, wie jemand mir in meine Arme greift und sie hinter den Schultern so kreuzt, dass, sobald ich versuche, mich zu befreien, es höllisch wehtut. Lass mich los! Schreie ich hysterisch auf und versuche, irgendwie meine Arme freizubekommen. Du wirst mir niemals entkommen können! Ich spüre plötzlich einen heißen Atem in meinem Ohr und fange an zu zucken. Basti ist derjenige, der mich überwältigt hat und schon im nächsten Moment werde ich von Joe gefesselt und falle auf den Boden. Was wollt ihr von mir? Ich habe euch doch nichts getan! Schreie ich heulend und ringe und zehre an dem Seil. Doch je mehr ich mich bewege, desto enger wird es, bis ich erschöpft aufgebe. Ach, es macht doch immer wieder Spaß, sie bei ihrer Hilflosigkeit zu beobachten. Findest du nicht? Fragt Basti Joe und dieser antwortet ihm mit einem hässlichen Grinsen. Haben wir doch viel zu lange nicht mehr gemacht, altes Haus, sagt Joe. Was meint er damit? Das ist nicht das erste Mal, dass sie das machen? Es gab andere vor mir? Was ist mit ihnen passiert? Ich schluchze auf und versuche panisch daran zu denken, was ich machen könnte, um zu entkommen. Doch schon im nächsten Moment wirft Basti mich über seinen Rücken und ich werde irgendwo hingetragen. Ich schluchze auf und schluchze auf und schluchze auf und schluchze auf. Alles schmerzt und es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, bis ich unsanft auf den Boden geschmissen werde. Angst erfüllt blicke ich mich um und realisiere, dass ich in einer Art Höhle gelandet bin. Niemand wird dich jemals wiedersehen. Niemand wird jemals sein Leichnam finden. Niemand wird jemals erfahren, was mit dir passiert ist, zischt Basti mir zu. In seiner linken Hand hält er eine Säge und ich schreie auf. Du hast allerdings eine Chance, wenn du es trotz der Fesseln schaffst, aus dieser Höhle zu entkommen. Durch den Wald und zur Straße. Das sind viele, viele Stunden. Wenn du das schaffst, wirst du überleben. Ansonsten nicht. Viel Glück. Die beiden verlassen die Höhle. Und für mich fängt der Albtraum gerade erst an. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content an Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde. Ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.